Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.wlan-kamera.info. Heute schaue ich mir ein weiteres Modell von Insta an und das ist hier die IN9020 Full HD. Das ist bis jetzt die teuerste Überwachungskamera, die ich je getestet habe, denn dieses Modell kostet ca. 350 Euro. Allerdings hat die auch sehr viele Features und die werde ich euch im Laufe des Videos alle zeigen und wie immer werde ich auf alles detailliert eingehen. Im ersten Schritt schauen wir uns jetzt mal die Verpackung an und hier vorne seht ihr schon die Kamera. Die wirkt schon anders als die Modelle, die ich bisher getestet habe. Ihr seht schon, die hat hier so eine Halterung, wir haben hier ein Objektiv und es ist so, es handelt sich hier um ein Autofokus-Zoom. Also das ist ein Zoom-Objektiv, also nicht Bild-Zoom, sondern ein wirklicher Zoom. Das werde ich euch alles auch zeigen. Dann hat die Kamera ein Mikrofon, IP65, Betafest, OnWiv, WLAN, MicroSD-Kartenslot, PER, Passiver Infrarotsensor, Push und E-Mail, Pen und Tilt. Also die hat eine Motorsteuerung auch noch und der Zugriff per HTTPS ist auch möglich. Das ist bei den Insta-Kameras so. Da müsst ihr aber dann die Dyn-DNS benutzen und ein Port im Router freischalten. Das habe ich bei den anderen Tests auch schon bereits erwähnt. Dann drehe ich das Ganze mal. Hier ist die Seite. Wir haben hier Alarmauslöser, Bewegungserkennung eben und PER und Geräuscherkennung. PER plus Bereiche, Aufnahme vor dem Alarm, 3 Sekunden Puffer. Das ist besonders wichtig, denn wenn man schnell durchs Bild rennt innerhalb von 3 Sekunden, dann ist es bei manchen Kameras so, dann ist man einfach nicht auf dem Bild. Hier ist das nicht so, da die einen Puffer hat und quasi 3 Sekunden vorher schon aufnimmt. Das heißt 3 Sekunden bevor der eigentliche Alarm erkannt wird. Alarmbenachrichtigung, es gibt eine Insta-Cloud, da habe ich auch mal einen Test zu gemacht. Da gibt es auch ein Video auf www.wlan-kamera.info. WDR-Kamera, wie die anderen Modelle auch, wie die 88015, 803 und 908 hat die auch WDR. Web-Oberfläche, Fotoserie, Live-Video, Geräuscherkennung, HTTPS hatte ich bereits erwähnt. Hier sehen wir die Kamera und da sehen wir, der Blickwinkel liegt so zwischen 36 und 120 Grad. Das ist ein Bereich, der ist deswegen angegeben, weil wenn ihr zoomt, verändert sich natürlich der Bildwinkel. Deswegen ist er hier als Bereich angegeben. Dann haben wir hier das Kabel, wieder Alarmausgang gibt es hier, Netzwerkanschluss und den Stromanschluss. Ich drehe das Ganze jetzt nochmal und hier gibt es nämlich noch weitere Informationen. Nachtsicht hat die Kamera, vierfach optischer Zoom. Also optischer Zoom heißt, dass das Objektiv sich wirklich innen drin bewegt. Weil oft wird angegeben, die Kamera hat einen Zoom und dann steht da Digital Zoom. Digital Zoom heißt einfach, dass das Bild vergrößert wird und die Qualität quasi schlechter wird. Bei einem optischen Zoom ist das nicht so. Das ist wie, wenn ihr zum Beispiel einen Spiegelreflex habt, kennt ihr das vielleicht. Da gibt es vorne ein Objektiv, da dreht man dran und dann bewegt sich das Objektiv, beziehungsweise die Linsen bewegen sich. Dadurch ändert sich dann die Brennweite und das ist eben optischer Zoom. MicroSD-Karte bis 128 GB, WDR-Sensor hatte ich bereits erwähnt, Pan und Tilt. Das ist die Motorsteuerung, das heißt hier, man dreht die quasi und neigt die. 355 Grad, 90 Grad sind da die Bereiche, also 365 Grad ist das Drehen und 90 Grad ist das Neigen. Dann sehen wir hier noch weiteres und zwar hier oben gibt es einen Antennenanschluss, dann hier ein Anschlusskabel, seht ihr hier, das ist das Anschlusskabel, Netzwerkanschluss, Alarmausgang, Stromanschluss. Das werde ich euch aber alles noch im Detail zeigen, wenn ich das Ganze hier ausgepackt habe. Und hier unten ist dann nochmal der Lieferumfang. Also wie gesagt, bei Insta hier sind wieder sehr viele Infos, hier seitlich wird auch wie immer die App erwähnt und das Webinterface. Außerdem wird hier noch erwähnt, worunter die App läuft, hier Android, iOS, Blackberry, Kindle und Windows 8 und 10. Ja, wie gesagt, die Insta-Verpackungen sind mit Daten und Infos immer sehr gut ausgestattet. Ich persönlich mag das, dann sieht man aber nicht direkt, was es da für Features gibt. Das war jetzt die Info, beziehungsweise die Betrachtung der Verpackung und jetzt beginne ich hier mal direkt mit dem Unboxing, damit wir sehen, was hier alles im Lieferumfang enthalten ist. Ganz oben direkt die Anleitung, wieder auf Deutsch und Englisch. Und jetzt hole ich einmal alle Sachen hier heraus. Und zwar, das hier ist der Deckelkabel. Also hier haben wir zuerst einmal, das hier ist, ihr seht schon eine Halterung, drei Schraubenlöcher. Hier kommt dann nachher der Kopf da oben rein. Dann Netzwerkkabel, das lege ich auch mal gerade beiseite. Und das hier ist ein Netzteil mit DC-Stecker. Und dann haben wir hier die Kamera. Das ist schon ein ordentlicher Brummer. Das hier ist erstmal eine WLAN-Antenne, die kann man benutzen, wenn man möchte. Also man kann die Kamera, wie ihr so seht, auch per WLAN anschließen. Oder eben per Netzwerk, wenn man eben nur Netzwerkkabel nutzen möchte. Dann braucht man die Antenne auch nicht. Aber wie gesagt, es geht beides. Jetzt packe ich die Kamera mal hier aus. So, da ist direkt was abgefallen. Okay, ein kleiner Schutzstöpsel. Was wir auch noch hier sehen, ist hier, das hier ist das Anschlusskabel. Da seht ihr an einem Ende, wir haben hier solche kleinen Stecker. Die müssen wir da noch befestigen. Später, das zeige ich euch auch. Und das hier ist eben das Kabel. Quasi hier der Anschluss. Alarm-IO, also Alarmausgang. Beziehungsweise Alarmausgang meine ich. Dann haben wir hier Netzwerkkabel und hier den Stromanschluss. Das Kabel ist auch etwas länger. Das werde ich noch vermessen. Damit der Anschluss eben ist hier auch vielleicht ein bisschen einfacher. Zum Beispiel, ihr könnt hier das Kabel direkt durch eine Wand fädeln. Und ich habe so das Gefühl, dass sich diese Kameras eher so an erfahrenere Leute richtet. Und Profis, die macht halt auch schon wirklich einen guten Eindruck. Und die ist auch teuer. Ja, wie gesagt, das ist eine 350 Euro teure Kamera. Jetzt schauen wir uns mal die Kamera an. Die seht ihr hier. Und ihr seht schon, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Das hier ist der passive Infrarotsensor, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir IR-LEDs. Die sind auch viel größer als normal. Und das hier ist quasi motorsteuerbar. Hier haben wir die Linse. Und das eine hier ist der Tageslichtsensor. Das andere, so wenn ich mich hier richtig entsehne, das Mikrofon. Und so sieht das Ganze hier eben aus. Ich drehe das mal kurz. Dann haben wir hier unten noch eine Klappe zum Öffnen. Das werde ich mir alles detailliert anschauen. Und das Ganze hier ist auch aus Metall. Das heißt, die Kamera könnt ihr nachher, wenn ihr die befestigt habt, auch schwenken. Also die sieht schon, solche Kameras sieht man nicht oft. Meistens eher so bei professionelleren Setups dann, wo auch dann einiges mehr an Technik hintersteht, an Überwachung und so weiter. Hier oben habt ihr dann den Anschluss für die Antenne. Und hier oben seht ihr den Anschluss für die Stecker. Und da kommt dann später quasi hier, das Ganze wird dann hier so befestigt. So, das war jetzt erstmal hier die Kamera. Die muss ich mal vorsichtig beiseite legen. Da brauche ich jetzt hier mehr Platz als sonst. Und wir haben nämlich noch mehr Teile. Und zwar, das hier ist Werkzeug. Das liegt hierbei. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Wobei, ich vermute, Leute, die diese Kamera montieren, die haben auch solches Werkzeug. Das ist ein Schraubenzieher. Und das hier ist so eine Pinzette. Dann haben wir hier noch ein Abdichtungsset. Also das hier ist ein Netzwerkkabelabdichtungsset. Damit könnt ihr einen Netzwerkstecker abdichten, dass der wasserdicht ist. Und dann haben wir hier nämlich noch mehr. Und zwar... Es gibt hier nämlich noch die Wandhalterung. Das hier ist die eigentliche Wandhalterung. Die seht ihr hier. Und da kommt das Ganze quasi nachher hier eben rein. Hier oben kommen dann die Kabel durch. Und die kommen dann hier hinten raus und können quasi durch die Wand verlegt werden. Das hier wird an die Wand geschraubt. Und dann hängt nachher die Kamera... Ich versuche das gerade mal zu demonstrieren. Ich habe natürlich nur zwei Hände frei. Die hängt dann quasi hier so dran. Sage ich jetzt mal. Okay. Das zeige ich aber später alles noch genau. Und das hier sind Dübel und Schrauben für die Montage. Da haben wir hier zwei Päckchen dabei. Da sind jeweils drei Schrauben und drei Dübel bei. Da ist also dafür gesorgt, dass man die auch montieren kann. Das war jetzt hier der Lieferumfang. Und der ist recht umfangreich. Das habt ihr ja gesehen. Wie gesagt, die Kamera ist auch nicht gerade ein Einstiegsmodell. Einstiegsmodell, sondern eher ein Profimodell. Und auch dementsprechend teuer. Macht aber jetzt auf den ersten Blick einen wirklich guten Eindruck. Hier stabiles Aluminium. Es gibt viele Anschlussmöglichkeiten. Optischer Zoom und so weiter. Und das war jetzt hier erstmal grob das Unboxing. Und ich werde mir jetzt wie immer alles im Detail anschauen. Ich werde Testaufnahmen machen. Ich werde euch hier was über die Montage erzählen. Und was es sonst noch so Wichtiges zu wissen gibt. Und dies alles gibt es eben nun im Anschluss. Elemente der Kamera Auf der Vorderseite der Kamera sehen wir zunächst einmal sechs Infrarot-LEDs. Diese sind anders aufgebaut als bei vielen anderen Modellen. Wir sehen um die LED herum eine Art Reflektor. Die Reichweite der IR-LEDs liegt bei 20 bis 25 Metern und ist damit höher als bei kleineren Modellen. Bei kleineren Modellen ist die Ausleuchtung oft nicht so breit und die Reichweite liegt da meist auch maximal bei 5 bis 10 Metern. In der Mitte befindet sich das Objektiv mit dem optischen Vierfach-Zoom. Wie ihr hier im Video seht, bewegt sich das Objektiv, wenn wir über das Webinterface herein- und herauszoomen. Das Objektiv stellt das Bild auch selbstständig scharf, dazu braucht es aber kurz. Wie das aussieht, könnt ihr in den Testaufnahmen sehen. Ich zeige es aber auch live im Video über das Webinterface. Die Videos findet ihr im Artikel und in der Videobeschreibung. Die Kamera kann bei Temperaturen zwischen minus 20 bis 55 Grad betrieben werden. Auch hier ist die Betriebstemperatur um einiges niedriger als bei vielen anderen, kleineren und preiswerteren Modellen. Minus 20 Grad wird in Deutschland, wenn dann meist nur in Bergregionen erreicht. Wenn wir die Klappe auf der Rückseite aufschrauben, dann sehen wir den SD-Karten-Slot. Wir können hier Karten mit bis zu 128 GB einlegen. Ihr seht auch, dass die Klappe eine Dichtung hat. Geht damit vorsichtig um und schaut immer, dass diese beim Zuschrauben korrekt aufliegt, sonst ist die Kamera nachher nicht mehr wasserfest. Installation Ich habe die Kamera jetzt an den Strom angeschlossen und per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden. Jetzt können wir die Installation beginnen. Los geht's! Ich werde die Insta in 9020 nun installieren. Ich habe sie bereits an den Strom angeschlossen und auch mit dem Netzwerk per Netzwerkkabel verbunden. Um den Installationsassistenten zu starten, geben wir hier oben ein install.insta.de und dann wählen wir unsere Sprache, in dem Fall Deutsch, aus. Als nächstes, ich habe eine Außenkamera und das ist die Insta in 9020 Full HD. Die klicke ich hier an. Jetzt zeigt er mir noch kurz hier eine Info. Es gibt von Insta eine Software, die heißt InstaVision 2.0. Wer da genaueres wissen will, die habe ich mir auch mal angeschaut in einem erweihten Artikel mit einem großen Video. Findet ihr auf www.wlan-kamera.info. Wenn es also interessiert, einfach da mal den Artikel lesen. Weiter. Dann seht ihr hier die Kamera. Ihr seht hier, es gibt zwei Möglichkeiten, die zu montieren. Einmal diese Deckenhalterung und die Wandhalterung. Und dann werden hier nochmal alle Elemente beschrieben. Das heißt Infrarot, LED, Zoom, PR-Mikrofon, Helikat-Sensor, MicroSD. Und dass die Kamera per Motor bewegbar ist. Das werde ich auch noch zeigen. Und weiter geht's. Als nächstes, ja, wir müssen die Kamera anschließen mit dem Kabel hier oben. Das habe ich auch bereits gemacht. Antennenanschluss für die WLAN-Antenne, die habe ich auch bereits aufgeschraubt. Und hier die Kabel, die habe ich auch schon alle angeschlossen. Also Strom und in dem Fall Netzwerk. Dann können wir jetzt hier wählen, möchte ich die Kamera in Betrieb nehmen oder erstmal Montageinfos. Wenn ihr das hier anlegt, dann gibt es Montageinfowand oder Decken. Das kann man kurz anklicken. Dann zeigt er eben einem Infos Schritt für Schritt an. Ich möchte die Kamera jetzt aber einrichten. Das hebe ich hier auf das. Das kann ich natürlich wählen. LAN oder WLAN. Also WLAN per WPS. Ich persönlich bevorzuge mal per LAN am Anfang und wechsle nachher auf WLAN, weil per Netzwerk weiß ich einfach, dass die Verbindung stabil ist und dass es da keine Probleme gibt. Bei WLAN ist es so, manche Leute vergessen, sie haben vielleicht einen Mac-Filter installiert. Der blockiert dann die Kamera. Da kommen sie dann erst später drauf. Oder sie sind zu weit weg. Und das kann eben Probleme geben. Das vermeidet man. Deswegen bevorzuge ich die Installation immer per LAN-Kabel und stelle dann später auf WLAN um. Für die Installation wähle ich jetzt das linke hier aus und wähle jetzt hier eben, wie gesagt, LAN aus. Er sagt mir jetzt, was ich alles benötige, Kabel und so weiter. Weiter, jetzt sagt er mir natürlich, ich muss die Kamera anschließen. Das habe ich alles auch schon bereits gemacht, das Kabel hier oben angeschlossen. Und jetzt gibt es wieder dieses Insta-Camera-Tool, mit dem wir die IP der Kamera finden. Und dieses Tool starte ich jetzt. Beziehungsweise, das habe ich schon geöffnet. Das lade ich jetzt mal kurz. Hier seht ihr das Tool. Mein Network-Interface, das ist hier die IP. Das andere, das andere, 127001, ist ein Loopback. Das ist falsch. Also das erste ist hier korrekt. Und durchsuche ich jetzt mal das Netzwerk. Jetzt zeigt er mir wieder die Kamera im Garten an. Und darunter die Insta 9020. Hier habe ich die IP. Und diese Kamera kann ich jetzt öffnen. In einem Web. Also das Web-Interface kann ich öffnen. Ich doppelklicke jetzt die IP und dann öffnet er hier das Web-Interface. Und der Benutzer ist immer Admin. Das Passwort ist steigmäßig Insta. Er wird uns dabei gleich noch auffordern, auch dieses Passwort zu verändern. Ich klicke jetzt noch weiter. Jetzt sehen wir hier den Assistenten, der uns durch die Installation leitet. Da wähle ich erst mal meine Sprache aus. Das ist Deutsch. Dann willkommen beim Einrichtungsassistenten. Hier steht dann genau, was er jetzt machen möchte. Im ersten Schritt möchte er jetzt von uns, dass wir unser Passwort ändern. Das ist auch wichtig. Tut immer die Standard-Passwörter ändern, weil die kennt natürlich jeder. Und das ist dann unsicher. Und rechts steht hier auch noch genau, was ihr beachten solltet, um ein sicheres Passwort festzulegen. Ich lege jetzt mein Passwort fest. In meinem Fall ist das ein kurzes Passwort, das noch nicht so sicher ist. Aber das ist ja auch nur für den Test. Ich muss das nämlich öfter eingeben. Und das ist dann ein bisschen bequemer. Aber wenn ihr das fest installiert, wählt sich ihre lange Passwörter. Bestätigen. Und als nächstes können wir die IP festlegen. Die lasse ich jetzt mal. Subnetzmaske, Gateway und so weiter. Das passt hier alles bei mir. Und ihr seht schon, wenn ich hier drüber havere über die einzelnen Punkte, dann kommt hier rechts neben dran so eine Info, wo ihr genau auf Deutsch nachlesen könnt, was diese Option eigentlich bedeutet. Das heißt, das ist hier gut dokumentiert, beziehungsweise sehr gut dokumentiert. Ich bestätige das Ganze jetzt. Und jetzt kann ich, wenn ich möchte, hier direkt mein WLAN auswählen, mit dem ich mich verbinden möchte. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen. Das könnte ich jetzt direkt machen. Das kann man aber später auch über das Webinterface jederzeit ändern und machen. Das werde ich auch so machen, weil ich jetzt vorerst das Netzwerkkabel angeschlossen lasse und damit weitermache. Später werde ich dann WLAN erst noch aktivieren. Das überspringe ich deswegen jetzt. Als nächstes können wir hier den Namen vergeben. Kamera, Namen im Kamerabild einblenden und den Zeitstempel. Das lasse ich auch. Dann habe ich im Videobild eben immer den Namen und die Uhrzeit. Die GMT, also die Region, ist auch richtig eingestellt. Da bestätige ich jetzt. Und dann geht es weiter. Es gibt eine App für die Insta-Kameras. Die App habe ich auch bereits getestet. Da gibt es dann auch wieder ein Video. Und das überspringe ich jetzt auch. Denn die App kann man auch jederzeit quasi diesen QR-Code, den man dafür braucht, dazu kommen wir gleich, beziehungsweise ich drücke jetzt mal weiter, dann seht ihr diesen QR-Code. Diesen QR-Code kann man auch jederzeit über die Web-Oberfläche abrufen, genauso wie die DDNS und so weiter. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr das jetzt hier unbedingt machen müsst und euch merken müsst. Das kann man jederzeit über die Web-Oberfläche abrufen. Das seht ihr dann auch noch im Video zur Web-Oberfläche. Alles wieder dokumentiert. Da gehe ich jetzt auch wieder auf weiter. Wenn ihr möchtet, bucht ihr jetzt halt direkt in die App ein. Ich überspringe das jetzt mal. Jetzt kann ich die Alarmfunktion aktivieren. Alarmfunktion, auf SD-Karte speichern, Push an die App senden, E-Mail-Versand und ja, da kann ich das Ganze hier einstellen. Ihr könnt hier auch an eine E-Mail Bilder senden lassen. Das empfehle ich euch aber auch. Schaut euch das Video zur Web-Oberfläche an, denn es gibt noch weitere Einstellungen zum E-Mail-Versand, beziehungsweise da kann man noch einstellen, wie viele Bilder versendet werden sollen. Und da kann man dann eben auch noch genau die Mail-Server und so weiter festlegen. Das ist über die Web-Oberfläche, finde ich persönlich, auch ein bisschen praktischer. Aber wie gesagt, das ist hier der schnelle Installationsassistent. Wenn ihr das machen möchtet hier, dann macht ihr das. Das bestätige ich jetzt. Und jetzt sagt ihr mir, der Wizard ist schon abgeschlossen. Also Wizard, der Installationsassistent ist damit gemeint. Und jetzt kann ich den beenden. Jetzt muss ich kurz warten. Und dann ist die Kamera auch schon einsatzbereit. Das ist die Web-Oberfläche und ich kann mich jetzt hier mit meinem Passwort direkt einloggen und sehe jetzt hier direkt die Web-Oberfläche. Ich kann jetzt, wenn ich hier keinen Flash-Player installiert habe, vorerst mal hier und diesen H264-Schalter deaktivieren. Dann habe ich direkt das Videobild. Das ist jetzt auf die Wand ausgerichtet. Da sieht man jetzt natürlich nichts in diesem Fall. Und das war jetzt schon die Installation. Einfach, schnell, übersichtlich, gut dokumentiert. Und hat problemlos funktioniert. Montage und Verarbeitung Die Kamera macht einen sehr hochwertigen Eindruck auf mich. Das Gehäuse oben sowie die beiden Halterungen sind aus Metall. Die unteren Teile der Kamera sind aus Kunststoff. Diese wirken aber sehr solide. Ich musste erstmal genau hinschauen, um das feststellen zu können. Die kleinere der beiden Halterungen ist für die Deckenmontage gedacht und mit der größeren kann die Kamera an die Wand geschraubt werden. Für die Montage liegen auch die Bohrschablonen sowie Dübel und Schrauben bei. Ich zeige die Montage einmal am Beispiel der Wandhalterung. Die Halterung hat auf der Unterseite eine kleine Schraube, welche wir zuerst lösen. Wir können dann die Metallplatte lösen und herausnehmen. Diese Platte wird an die Wand geschraubt und die Kamera dann auf genau demselben Weg wieder darauf befestigt. Jetzt schauen wir uns den Anschluss einmal genau an. Ihr müsst zuerst bedenken, dass ihr das Kabel durch die Wandhalterung führen müsst. Da die Halterung einen großen Durchmesser hat, geht das ohne Probleme. Da das Kabel separat bzw. abnehmbar ist, kann es auch sehr gut durch die Wand verlegt werden. Zum Beispiel, wenn ihr ein Loch von innen nach außen bohrt. Als nächstes müssen wir die Stecker im Kabel vorsichtig an den Anschluss oben auf der Kamera stecken. Wer das mit den Fingern nicht hinbekommt, der kann auch die Pinzette zur Hilfe nehmen. Als nächstes schieben wir dann die Halterung von oben auf die Kamera. Um alles zu fixieren, werden nun alle Schrauben an der Halterung angezogen. Wer ein Netzwerkkabel nutzt, der kann das beiliegende Abdichtungsset nutzen, um den Anschluss abzudichten. Ich zeige das hier einmal kurz. Wir sehen hier alle Teile in der korrekten Reihenfolge. Anschließend wird alles zusammengeschraubt. Zu guter Letzt wird der Dichtungsgummi hinten aufgeschoben und mit der Kappe fixiert. Es ist dabei wichtig zu beachten, dass das Netzwerkkabel am Ende keine dicke Gummiumantelung bzw. einen Knickschutz hat. Ansonsten lässt sich der Schutz nämlich nicht weit genug aufschieben bzw. erreicht das Gegengewinde nicht, so wie ihr es hier im Beispiel seht. Die Kamera hat einen Motor verbaut, mit welchem wir die Kamera um bis zu 355 Grad drehen und dann auch um bis zu 90 Grad neigen können. Den Radius habe ich einmal gefilmt, indem ich die Steuerungspfeile permanent gedrückt habe. Daher seht ihr auch, wie schnell der Motor dabei reagiert. Den Fokus kann man auch manuell mit den Knöpfen Plus und Minus verstellen. Allerdings fand ich den automatischen Fokus angenehmer. Wie genau das aussieht, zeige ich euch im Video über das Webinterface. Link in der Videobeschreibung. App und Webinterface Das Webinterface unterscheidet sich in der Funktion von der IN8015, welche auch einen Motor verbaut hat, wenn es um die PTZ-Funktionalität geht. Das Webinterface bei der IN9020 hat logischerweise die Zoom- und Fokussteuerung, was Kameras ohne Zoom-Objektiv natürlich nicht haben. Weitere Unterschiede findet ihr in einem separaten Video und auch im Testartikel aufgelistet, denn bei der PTZ-Steuerung und der PTZ-Tour sind mir noch ein paar Unterschiede aufgefallen. Es gibt deswegen auch noch ein kleines ergänzendes Video zur Motorsteuerung. Bei den anderen Einstellungen verweise ich auf das bereits von mir erstellte Video. Link in der Videobeschreibung. Das gleiche gilt auch für die App. Auch hier habe ich bereits ein Video erstellt, welches ihr in der Videobeschreibung findet. Das Webinterface ist auch hier sehr schön gemacht, übersichtlich, tolle Dokumentation. Weitere Infos und alle Videos findet ihr im Testartikel. Wichtige Features und Sonstiges Bei der INSTAR IN9020 HD ist der optische Vierfach-Zoom samt Motorsteuerung besonders interessant. Dadurch können größere Bereiche überwacht und vergrößert werden. Ich würde sagen, dass sich das Modell an fortgeschritteneren Nutzer oder Firmen wendet, welche über ein erweitertes Setup verfügen. Es spricht natürlich auch nichts dagegen, die Kamera im privaten Bereich einzusetzen, allerdings kostet sie eben, wie bereits erwähnt, ca. 350 Euro. Die Einrichtung kann auch aufgrund der guten Dokumentation von Laien vorgenommen werden und die Kamera eignet sich beispielsweise auch, um den Garten an der Rückseite des Hauses zu überwachen. Sie verfügt über alle, meiner Meinung nach, wichtigen Funktionen, beispielsweise Zeitpläne, Privatsphäre-Bereiche, PER-Sensor bzw. Bewegungserkennung, Alarmbereiche, Tag- und Nachtsicht, Push-Alarm, WDR, Videos und Bilder auf FDP oder SD-Karte, Bilder per E-Mail, Patrouillen-Modus, auch Tour genannt. Dabei werden eben mehrere Positionen automatisch angefahren im Loop. Dann gibt es einen Startpunkt-Endpunkt-Scan, dabei fährt die Kamera immer zwischen zwei Punkten hin und her. SD-Karte, Daueraufnahmen sind möglich, WLAN oder LAN sind möglich. Das waren jetzt nur einige Funktionen, schaut am besten auch im Testartikel vorbei, da werde ich noch auf die Details eingehen. Die Scan-Funktion scheint übrigens die Verweildauer nicht zu berücksichtigen, er verweilt nur ca. 2 Sekunden an der Position. Das ist aber nicht schlimm, denn diese Funktion kann man mit der Tour einfach abbilden und dort funktioniert die Zeitverweildauer. Testaufnahmen Die Testaufnahmen findet ihr in einem separaten Video. Dort könnt ihr euch dann euer eigenes Bild davon machen. Den Link dazu findet ihr wie immer im Testartikel bzw. in der Videobeschreibung. Mein persönliches Fazit Die Insta in 9020 ist eine sehr gut verarbeitete Überwachungskamera mit hohem Funktionsumfang. Sie hat einen RTS-P-Stream und ist zudem on-wiff-fähig. Außerdem ist sie wetterfest und hält Temperaturen bis minus 20 Grad Stand. Die Installation und die Softwareinstallation ist einfach und sehr gut dokumentiert. Dadurch ist eine Inbetriebnahme meiner Meinung nach auch für Laien einfach möglich. Wie auch bei den anderen Insta-Modellen, so hat mich auch hier die Dokumentation, Installation, die Funktion und die Verarbeitung überzeugt. Der optische Zoom und der Motor sind sehr nützlich, wenn geplant ist, einen großen Bereich mit nur einer Kamera zu überwachen. Für mich ein sehr gutes Modell, welches aber auch einen stolzen Preis hat. Qualität, Support, gute Dokumentation, Funktionsumfang und Service kosten eben Geld. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hilft dir weiter. Die Links zum Artikel mit weiteren Informationen und zu den weiteren Videos dieses Tests findest du unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir.